Die schnellste Hexe bisher, wie man gesehen hat. So, jetzt springen wir weiter. Jetzt war klar, jetzt war klar. Ja, ja, ja. Wir sind jetzt heute hier in Eidlinge zum 15. Eidlinger Fasensumzug, veranstaltet von der Narazont Eidbach-Hexe Eidlinge, unterstützt von den befreundeten Zünften Eidlinge, von den Delfinger Berghexen und der Eidlinger Steuerdeife. Ja, wir haben heute sehr gutes Wetter hier, extra für alle angereisten Zünfte einbestellt. Es sind heute 56 Gruppen anwesend, die heute hier das bunte Bild in die Eidlinger Straße zaubern wollen. Wir hoffen, dass es bei den Zuschauern gut ankommt. Ich denke, wir haben wieder ein buntes Programm zusammengemischt. Es sind Guckermusiker dabei, es sind Hexengruppe dabei, es sind Tiermasken dabei, alles, was das Herz begehrt. Die Narazont dürfen natürlich in gewissem Rahmen die Scherze mit den Zuschauern machen. Und schauen wir mal, ob die Zuschauer da mitmachen und dem neckischen Treiben gewachsen sind. Schön sieht es aus. Schön, dass Sie da sind. Es macht Spaß, es ist jedes Jahr wieder eine Herausforderung. Und ich freue mich drauf und wünsche allen Anwesenden einen schönen Tag hier in Eidlinger und der Perle des Heckenkreuz. Denn wir versuchen dann auf den Postrecken knots! Sehr hoher Schmerz! Sehr hoher Schmeld! Sehr hoher Schmerz! Varmer Redezeige